Na klar, okay, Gryffindor! Abonniere Sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Hier sind die aufregendsten Geheimnisse aus den Dreharbeiten von Harry Potter. Die Porträts im Büro von Dumbledore. Im Büro des Direktors in Hogwarts sind an den Wänden animierte Porträts seiner Vorgänger zu sehen. Nachts schlafen diese Figuren, aber tagsüber sind sie wach und können kommunizieren. Aber bei den verwendeten Porträts sind die Augen eigentlich stets geschlossen, weil es einfacher ist, sie aufzuwecken, als sie dazu zu bringen, die Augen zu schließen. Voldemorts Schlange. Nagini, die treue Schlange von Du Weißt Schon Wem, ist mit Spezialeffekten versehen. Aber sie ist einer echten Schlange nachempfunden. Tiki, einer Gelenkpython, die als Vorbild diente. Um die Bewegung zu studieren, wurden kleine orangefarbene Kügelchen auf den Körper geklebt, die dann in eine digitale Schlange übersetzt wurden. Hermines Kleidung. In den Büchern von J.K. Rowling ist Hermine oft in blau gekleidet, aber im Film trägt sie häufiger lila und pink, weil diese Farben nicht nur besser zur Schauspielerin Emma Watson passten, sondern, was noch wichtiger ist, weil die Sets im Film in blauer Palette gestaltet sind, was ihren Charakter nicht so gut zur Geltung brachte wie möglich. Der Schmuck von Luna Lovegood. Evanna Lynch träumte von der Figur der Luna Lovegood. Beim Casting erschien die Teenagerin mit selbstentworfenem Modeschmuck, weil Luna dies ihrer Meinung nach auch getan hätte. Außerdem trägt sie diesen in den Filmen und wir können somit ihre Kunstwerke auf der Leinwand sehen. Es ist ein kleines Haus, das vollständig aus Holz gebaut ist und nur ein Zimmer hat. Eine Armbrust und ein paar Gummistiefel werden normalerweise neben der Tür platziert. In einer Ecke steht ein Bett und auf der anderen Seite ein Kamin. Die Hütte befindet sich in den Filmen nordöstlich des Schlosses in einem Teil des Parks am Rande des verbotenen Waldes. Der Halbriese Hagrid wurde von Robbie Coltrane gespielt, aber um einen Eindruck von Gigantismus zu vermitteln, hatte er zwei Hütten. Eine sehr große, um mit den normal großen Figuren zu drehen, und eine kleine, in der er drehte, was ihn sehr groß aussehen ließ. Hedwigs Brief. In der Welt der Zauberer fungieren Eulen als Postboten. Das sind die Vögel, die jeden Tag die Post ausliefern. Es war eine schwierige Aufgabe am Set, denn Eulen sind nicht die intelligentesten Vögel. Und es dauerte Monate, ihnen beizubringen, wie man einen Brief im Schnabel hält, und sie konnten nicht verstehen, wann man ihn fallen lassen sollte. So wurden für jedes Werk die für den ersten Film per Post trainierten Eulen verwendet, um zu vermeiden, dass neue Vögel umgeschult werden mussten. Malfoys Haare. Zauberstäbe bereit! Angst, Potter? Träum weiter! Fasziniert euch das Haar von Lucius Malfoy? Ihr solltet wissen, dass die Perücke von Jason Isaacs aus echtem menschlichen Haar hergestellt wurde. Aber das ist noch nicht alles. Auch Tierhaare wurden für den perfekten Effekt ausgewählt. Plötzlich scheint dies viel weniger glamourös. Aber sein Film Sohn hatte es nicht besser. Der Schauspieler verrät nun seine Geheimnisse und seine Gefühle über die letzten Jahre, in denen er den bösen Zauberer gespielt hat. Sie müssen wissen, dass ich in diesem letzten Jahrzehnt nicht die Freiheit hatte, an anderen Projekten zu arbeiten. Ich hatte nicht die Wahl, mir die Haare zu färben. Ich konnte nicht in der Sonne liegen oder etwas Gefährliches wie Skifahren tun. Da war der Filmbranche wohl sehr an seinen echten, blonden Haaren gelegen. Was bedeutet, der Junge muss sterben, wenn der Zeitpunkt da ist? Ist euch aufgefallen, dass Snapes Haare nicht schwarz sind? Ja, der berühmte Lehrer des Hauses Slytherin hat tatsächlich blaue Haare, wie sein Kostüm. Warum ist das so? Weil das Schwarz zum Zeitpunkt der Aufnahmen auf dem Bildschirm nicht gut aussah. Juckreizproblem Harry ohne seine Narbe wäre wie Hermine ohne ihr buschiges Haar oder Ron ohne seine chronische Ungeschicklichkeit unmöglich. Doch diese Blitzmarkierung auf seiner Stirn birgt einige Geheimnisse, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. In den von J.K. Rowling geschriebenen Romanen befindet sich die Narbe des Waisenkindes in der Mitte seiner Stirn, während sie sich in der Filmreihe auf der Seite befindet. Glaubt jedoch nicht, dass Chris Columbus, der Regisseur des ersten Films, diese Entscheidung allein getroffen hat. Es war die Schriftstellerin selbst, die ihm sagte, wo er die Narbe anbringen sollte. Wir halten fest, wenn man über Harry Potter spricht, ist es schwer, die Narbe des Helden nicht zu erwähnen. Und doch, wenn es ein integraler Bestandteil seiner Geschichte ist, hasste Daniel Radcliffe es, sie zu tragen. Und das aus gutem Grund. Es hat sehr gejuckt. So kam es nicht selten vor, dass er sie am Z zerkratzte und kaputt machte, was die Mannschaft dazu zwang, eine Menge davon zu schaffen, damit sie nie überrascht werden würden. Und wie viele waren das? Genau 5800 Narben wurden während der Dreharbeiten zur Harry-Potter-Saga auf der Neil Radcliffs Stirn gesetzt. Es mag viel erscheinen, aber zweifellos hätten die Fans den geringsten Defekt bemerkt, wenn diese Unterscheidung auf dem Gesicht des Zauberers nicht mit äußerster Sorgfalt vorgenommen worden wäre. Größenproblem. Einer der mythischen Räume im Harry-Potter-Universum ist natürlich der jungen Schlafsaal im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Dieser Raum erscheint jedoch nur sehr selten auf dem Bildschirm. Warum ist das so? Hm, weil die Betten zu klein waren. Denn das Kreativ-Team hatte nicht damit gerechnet, dass die Akteure so viel und so schnell wachsen würden. Deshalb sehen wir sie so gut wie nie auf dem Bett in Nahaufnahme. Einzelne Masken. Emblematische Accessoires der Todesser, die Masken. Aber ihre Masken wurden nicht einfach so hergestellt. Im Gegenteil. Sie wurden jeweils von den Gesichtern ihrer Schauspieler geformt. Dadurch ist es möglich, einen Unterschied zwischen ihnen zu markieren und die Wirkung angsteinflüssender zu machen. Größenwahnsinn. Wusstet ihr das? Hogwarts war nicht die beeindruckendste Kulisse für die Saga, als sie verfilmt wurde. Stattdessen war es das Zaubereiministerium. Der Lieblingsplatz von Daniel Radcliffe war so imposant, dass er für 55 Londoner Busse Platz bot. Der Fehler. Wenn wir über eine so kultträchtige Sage wie Harry Potter sprechen, sagen wir uns, dass alles immer akribisch vorbereitet worden ist und dass nichts in Eile geschehen ist. Falsch. Als es an der Zeit war, das Familiengrab von Voldemort zu schaffen, machten die Techniker einen unglaublichen Fehler in Bezug auf Namen und Daten. Tatsächlich kann man an der eigentlichen Skulptur, die am Set verwendet wurde und im Studio zu sehen ist, erkennen, dass die Eltern von Harrys Feind gestorben sein sollen, zwei Jahre vor seiner eigenen Geburt. Glücklicherweise wurde der Fehler rechtzeitig entdeckt und digital verändert. Ein Patronus mit einem Hund. Jeder weiß, dass Harrys Patronus nichts anderes als ein prächtiger Hirsch ist. Es handelt sich jedoch um einen Hund, der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zu der Szene rund um den See eingesetzt wurde. Das speziell zum Laufen trainierte Tier trug eine leichte Jacke, die dann per Computer verfolgt wurde, um den betreffenden Patronus digital zu überlagern. Der magische Zug. Ihr haltet den Zug, der Studenten nach Hogwarts bringt, für eine Fälschung? Ihr irrt euch. Es handelt sich um einen echten Zug, der vom Studio gemietet wurde und auch auf einer Ausstellung zu sehen ist. Der Zug erlaubte den Regisseuren, wirklich Außenszenen zu drehen und den grünen Hintergrund so weit wie möglich zu vermeiden. Nur die Waggons, nicht die Korridore, wurden speziell für die Dreharbeiten geschaffen, da das Innere des Zuges nicht breit genug war, um einem technischen Team das Einrichten und Filmen zu ermöglichen. Der magische Bus. Der magische Bus existiert auch wirklich und war wirklich auf den Straßen Londons unterwegs. Um seine drei Stockwerke zu schaffen, wurden drei Busse geopfert und zusammengeschweißt. Tatsächlich war der dritte Stock sogar abnehmbar. Das Interessante dabei, sobald der Magic Bus vor einer Brücke ankam, wurde dieser mithilfe eines Krats entfernt, um durchzukommen. Die Welt auf den Kopf gestellt. Eine denkwürdige Szene in der Saga, der Tod des Basilisken durch Harrys Hand, birgt ein seltsames Geheimnis. Welches Geheimnis? Es wurde verkehrt herum geschossen. Als wir also sehen, wie Harry das Schwert in den Mund der Schlange steckt, zieht Daniel Radcliffe einfach das Schwert zurück, das bereits im leblosen Kopf einer Animatronik steckt. Dann kehrten die Redakteure die Szene um. Eine Schatzkammer aus Gummi. Im ersten Teil von Heiligtümer des Todes sind Harry Potter und seine beiden Freunde Hermine und Ron in dem Familienverlies der Lestranges gefangen und ertrinken regelrecht in Schätzen. Hier handelt es sich nicht um Spezialeffekte, sondern 38.000 Gummiobjekte. Allein für die letzten beiden Filme der Saga haben Pierre Bohanna, der Chefrequisiteur, und seine Teams nicht weniger als 210.000 Galleon, die magische Währung der Welt der Zauberer, geschaffen. Fast lebendige Bestien. Der Harry Potter-Zauber besteht auch aus seinen wundervollen Kreaturen, die manchmal ganz schön Angst machen können. Diese Tiere sind inspiriert von Erzählungen und Legenden aus der ganzen Welt. Auch wenn die computergenerierten Bilder oft die Veränderung geben, wenn diese Kreaturen zum Leben erwachen, so basieren sie auf einem Tier, das von den Technikern von Grund auf neu gebaut wurde, um ihnen ein wenig mehr Leben zu geben. So wurde beispielsweise die schreckliche Aragog-Spinne, die mit ihren 5 Meter langen Beinen in Rons Albträumen spukt, von Hand mit Yakha, Sisal, einer Pflanzenfaser, die für Teppiche und Stühle verwendet wird, und Besenstroh zugedeckt. Ebenso wurde für das Make-up, das Wehrwolf's Grey Bag, eine siebenteilige Silikonmaske aus echtem Ziegenhaar benötigt, die einzeln von Hand aufgetragen wurde. Ein sehr geduldiger Kobold. Die Kobolde, berühmte Besitzer der Gringotts-Zaubererbank, sind in Harry Potter kleine Humanoide mit großer Intelligenz, aber mit Gesichtern, die denen der Menschen nicht wirklich nahe kommen. Das ist genug, um den Maskenbildnern das Leben schwer zu machen. Eine einzige Maske dieser Kobolde erforderte mehr als 8 Wochen Arbeit. Jedes Haar wurde einzeln eingesetzt und jede Ader von Hand bemalt. Es dauerte dann mehr als 4 Stunden, um die Masken den Schauspielern ins Gesicht zu setzen. Die Kammer des Schreckens wie im Film. Um den Realismus des Films weiter zu erhöhen, setzten die Teams so viele Fälschungen wie möglich ein, anstatt Spezialeffekte zu verwenden, wenn sie nicht einfach das machten, was auf der Leinwand sein sollte. Dies ist der Fall für die berühmte Kammer des Schreckens, die so geheimnisvoll und faszinierend ist, wenn sie ihre massive Tür öffnet. Letztere wurde vollständig mechanisiert und ist, was in den Warner Bros. Studios immer noch sichtbar ist, auch heute noch offen, auch wenn das Ganze äußerst zerbrechlich ist. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!